hier vielleicht da hinten so drüben oder hinten so drüben so okay kommen wir hier so drüber ich muss das versuchen dass wir hier so ein bisschen in die richtung jetzt haben wir hier was abgeschlossen oder was war das einer dem wir helfen sollten aber nie an ich komme da nie an ach mein herrgott ist sie tot? ne ok oh shit zack alles in ordnung wir kümmern uns da drum alles in ordnung ja ja ich nehme alles 1000 gold naja ich weiß nicht ob das so dankbar war was für eine statue wir haben keine zeit guys wir müssen jetzt hier wir müssen jetzt hier einen dullahan machen mal gucken dass der noch nach hause kommt und so eifennest des waldes ach holy shit ähm kann ich hier irgendwie runter ich komme hier dann niemals runter und wenn dann komme ich nie wieder hoch ich komme hier so an den kann ich jetzt alleine gegen den das wäre echt bad oh mein gott das war der greif den ich den ich erlebt hatte kommt hier einer von euch kann der kann er zu mir kommen also wenn einer zu mir kommen würde wäre schon geil oh er ist glaube ich eingefroren ne nicht ganz kann ich nochmal versuchen ich einfach einfriere ja ok 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 Au, 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 au. Ja, kann ich ein bisschen leben, Lidchen? Ich glaube, meine Leute kommen auch gar nicht mehr zu mir, ne? Fliegt der jetzt wieder weg? Ja, da bin ich dead. Ne, ne, ne. Meine Leute kommen einfach nicht hier runter. Das ist mies. Das ist sehr mies. Super. Okay, wir laden vor dem letzten. Weicherpunkt. Ach, schade. Schade, schade, schade. Das ist echt mies. Komm, geht immer nur. Ich bin den Loading Screen zu haben, weil dann wieder 54 FPS ist. Oh no. Oh no, bin ich komplett im Arsch. Äh, ich bin, glaube ich, komplett im Arsch. Ähm, wie komme ich hier wieder raus? Kann ich hier runter gehen? Ja. Okay. Hier runter, hier runter, runter. Wir gehen jetzt, wir laufen. Ist mir jetzt auch egal. Wir laufen jetzt weg. Wer bist du? Wenn ich fragen darf. Oder wer seid ihr? Okay. Nice. Schön. Nur Abby ist nicht bei uns gespawnt. Dann muss ich, dann muss ich noch ein bisschen, dann muss ich noch ein bisschen laufen. Was ist das da hinten? Da hinten sind irgendwie, weiß ich nicht, was da ist, ne? Okay, wir lidschen uns ein bisschen live. So. Zack. So, dann werfen wir den mal um. Okay, das war vielleicht gar nicht so smart. Jetzt aber was geben könnte, wäre geil. Ja, nice, 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 nice. Ja, dann mal das dann. Dann mal wieder. Ich glaube, das wird endlich extrem gut, der Mitschmacht. So. Ja, 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 er liegt wieder. Oh mein Gott, die sind halt so gut, ne? Ja. Zack. Nochmal. Nochmal das da. Ja, ich glaube, der ist der. Oh, halleluja. Geil. Unser erster Greif, den wir erledigt haben, ne? Übel, richtig cool. Nice. So. Jetzt nicht zu früh freuen, weil wir müssen hier actually... Oh, sind wir schon da? Wir sind einfach da. Sind wir im Trauerwald? Okay, sind wir, sind wir da, wo wir müssen? Oh mein Gott. Okay, ich kann das selber, ich kann das selber auch auslösen. Bin ich gar nicht so smart. Oh mein Gott. Ich immer denke, dass ich bin, weil ich kann das ja auch selber auslösen dann. Ich kann ein bisschen Bübel explodieren dabei. Ah, nice. So. So. Ich hab hier... Was will ich hier runter? Nee, ne? Oder? Au, 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 au. Ich würde mal gerade das da machen. Wenn mich da nicht irgendwas von der Seite nochmal anhitten würde. Nee. Oh, ich könnte so... Mann, wenn das immer so viele sind und du da auf so viele Sachen achten musst. Ah. Das ist echt doof. Das ist wirklich doof. Ich gucke auch immer mal, wie, 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 wie lange wir schon dabei sind. Äh. Okay. Ich würde sagen, gib mir mal mein Zeug hier. Sehr schön. So, ganz viele Skeletons. Skeletoners. Jetzt machen wir eins nach dem anderen. Hör auf, mich zu schlagen. Bitte. Bitte. Jungs, hilf mir doch mal. Oh, mein Gott. Ja, super. Und dann kommt da wieder einer und ich kann meinen Kars nicht durchziehen, weil... wieder meine verschwitzenen Vasallen nichts tun. Ich bin ein Magier. Teng, tauntet. Mach doch. ... der ältere herr am rand von der frage der zeitgeschichte und die könnten wahr sein dann macht er jetzt bitte dich fertig okay ich das da jetzt gut oder ja schon die dinge gekommen waren die die jetzt jungs ist das euer ernst greift die doch an ich sag doch sogar geht auf die traur ich habe das gefühl das audio spackt ein bisschen mit dem bitte auseinandernehmen das muss ich hier wo genau muss ich denn hin ich fühle irgendwie dass es extrem nahe ist ich glaube da ist der doula hahn hallo leute kommt ihr bitte man okay hallo stehst du wieder auf danke das war jetzt das war das war so schön sagt danke okay okay soo zack 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 ich weiß nicht wie wir da hinkommen werden ich habe einfach keine ahnung hier ist nur nebel und ich glaube von der seite kommen wir da einfach nicht hin oder vielleicht hier so oben rum oder so dass das geht okay wir gehen mal da oben rum ach super hier wie soo Das war's für mich. So. Einmal obenrum. Oh. Was ist hier oben? Ja, eine Truhe. Ja, da müssen wir, da müssen wir actually bei 4000 Gold. Äh, bei 4000 Gold muss man doch nochmal alle sagen, ne? Also, so, 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 so. Das ist, äh, es ist wert, einmal Hallo zu sagen, auf jeden Fall. Okay. Jetzt kommt ihr mal mit, ey. Ich muss zu dem Dula-Hahn. Da ist er. Okay, da sind die Wächter. Ja, Leute, 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 seid ihr? Okay, ihr seid da, ihr seid da. Sehr schön, sehr gut. Aber wir haben es, wir haben es noch geschafft. Nehme ich mal? Ja, danke. So. Das war ja, das war ja nichts. Das war ja nichts. Okay, das war ein Fail, actually. Wie? Oh mein... Ich bin... ...debt. Genau. Weil er borden kann. actually nein actually nein wir machen das nicht weil es kann sein, dass wir dieses mit dem souveränen Gedönsch ist dass der gestorben ist und dass wir hingehen müssen und müssen ihn wiederbeleben so, aber hier oben hatten wir was zum Rasten das werden wir dann nämlich auch machen weil wir sind ja direkt wir stehen ja wirklich direkt da davor ne 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 Ja, ist schon wieder dead. Nee, wir wollen den nicht benutzen. Ja, vom letzten Speicherpunkt laden. Ach, Mann. Wieder elendig. Wieder nur am Sterben, Sibir. Weil ich da endlich hin will. Weil ich halt nicht weiß, ich weiß halt nicht, wie lange wir wirklich für so eine Quest Zeit haben. Und man will natürlich dann die Zeit auch nicht verplempern. Weil das wäre, das wäre dumm. Greift ihr den bitte an? So. Tag, 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 ich steck das jetzt weg. Selber ein bisschen. So. Bei dem auch. Perfekt. Ja. Ah, ist das noch ein Käfer? Ja, dann komm mal her. Was macht der hier? Komm, was macht der hier bitte? Dann weiß ich es nicht mehr. Ja. Geht doch. So. Ja. Ja. Wir können hier nicht rasten, weil irgendwo noch Fights sind. Ja. Ja. So, Komm jetzt jetzt. Ey. Jep, jetzt. Aha. Geht doch. Irgendwie da nix zu essen. So, wir machen jetzt bis zum Morgen. Weil ich geh schwer davon aus, bis zum Abend ist halt... Wir hätten wahrscheinlich schon Abend. So. Okay. Können wir jetzt einfach den Dula anpfeifen mit Full Life und... Könnt ihr jetzt bitte kommen? Please. Danke. Okay. Es ist jetzt time to fight Dula an. Okay. Time to fight the Dula an. Mal. 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 Ja, was denn? Ja, was denn? Also So, maybe wird das wieder so ein längeres Ding, ne? So, ich stecke mir das. Also, das macht auf jeden Fall so ein bisschen, Mensch. Vielleicht kriegen wir es ja hin. Der stand schon wieder vor mir. Maybe kriegen wir es ja hin, ihn zu machen, ne? Oder ihn zu stackern, oder... Maybe kriegen wir es sogar hin, ihn zu kälten zu kosten. Okay, ich muss mehr... Ich muss mehr da drauf ab, also ich nehme mich nicht... Okay, passen wir mit der Kälte. Okay, vielleicht friert ihm das ja ein bisschen ein. Das wäre auf jeden Fall schön, wenn das der Fall wäre. Okay, einmal wieder das Niederbeleum. Nochmal Kälte. Nochmal Kälte. Der Porte, extrem viel da runter. Versuchen wir mit der Kante. Da kriege ich, glaube ich, auch gut Damage auf ihn, ne? Der Damage ist nicht schlecht. Ich muss halt stehen bleiben, aber der Damage ist nicht schlecht. Was ist das? Oh, no. Was ist das? Oh, no. Ist er wirklich geflohen, oder ist er jetzt gerade gestorben, irgendwie ins Wasser? Okay. Okay. Ja, das ist gar kein Problem. War das vielleicht doof, wenn die davon hört, weil... Ja, weil die dann vielleicht dem anderen Boy verfällt. Oh, ah? Wortkünstler? Aber die andere ist Heilerin. Die will ich behalten. Tut mir leid. Aber Wortkünstler ist auch nice. Dann kann man sich in Elbisch verständigen, okay. Interesting. So, also der Dullahan ist geflohen. Und wir müssten jetzt zurück. Ah, wir haben auch nicht den Seelenstein-Düngs-Bumsen da, ne? Ich würde aber einmal zurück nach Werns... Wernwolf? Ist das nämlich auch Gorn irgendwie, keine Ahnung. Und vor allem Wohnräuber. Ja, da weiß ich auch noch nicht, wie ich das den Wächtern übergebe, aber naja. Ähm... Ja, das wäre... Ja, das da ist auch noch was. Ich hätte gesagt, wir gehen da noch einmal, wir gehen da mal zurück. Wir haben ja jetzt ein paar Fights gehabt. Wir haben... Wir haben einen Greifen gelegt. Wir haben uns mit einem Dullahan angelegt. Wir hatten eine ähnliche Urge. Wir hatten noch einen Zyklopen. Wir haben... Äh, also... Fights waren wir jetzt wieder richtig gut dabei. Okay. Okay, da waren wir... Da waren wir... Also, da kann man jetzt mal... Da kann man jetzt mal so... Äh... Wir haben keinen. Schild von Wernswurf. Warte mal. Können wir das nicht Jörg geben? Und Jörg zieht das an, weil das ist sogar besser. Er hat kein Laternenöl mehr. Wie gut, Jörg. Okay, das heißt, wir müssen wieder in den ganzen Weg zurücklaufen. Aber dann könnten wir jetzt theoretisch von der anderen Seite mal zurücklaufen. Weil das müsste ja dann auch gehen, oder? Was ist das hier? Das ist das, was wir tun haben, oder? Ah, ah. Ähm... Ich glaube, von hier... Da geht's gar nicht zurück, oder? Geht's hier irgendwo zurück? Das ist ja auch nicht. Das Problem, was ich jetzt gerade habe, geht es hier dann wieder so zurück. So. Oh mein Gott. Öffnen wir das doch mal. Einen Reisestein. Das war, was ich haben wollte. Dankeschön. Okay, wie viel Glück muss man denn haben, dass man dann gerade so ein Ding bekommt. Können ja auf jeden Fall ein paar mehrere davon gebrauchen, ne? Also, ich muss ja ganz ehrlich sagen, ne? Davon könnte man ein paar mehrere gebrauchen. Wie kann man die noch irgendwann herstellen oder so? Ja, war klar. Oh mein Gott, wenn du nicht mehr bist, dann kann man nicht mehr zurückkommen. Aber das Problem ist, dass du Rudolf gesagt hast. Das ist nicht so, dass du jetzt nicht so gut ausführen kannst. Was soll jetzt sagen, was sollst du dir sagen? Oh, was du wissen? Rudolf hat sich in Ruhe gemacht. Oh. Das war sie. Das war einfach sie. Ich glaube, das war wirklich sie, weil Sophie haben so gesagt, ja, der will die an die Wäsche und deswegen hat er deinen Mann weggesteckt und dann dachte sie so, haha, bitch. Ach Gott. Schön. Schön. Thronräuber, vorränglich automatisch festgelegt. Ja, ja, hm. Äh, noch aber nicht. Ich würde mal gerne zurückgehen und würde mal gucken, ob da jetzt wirklich einer daran gestorben ist oder ob das eine Zeitquest war, die irgendwie nicht als Zeitquest markiert war. Kann nicht irgendwie gut sein, dass halt mehrere irgendwie gestorben sind oder so? Äh, Lubomir, liegt der noch hier? Nein. Ähm, wer ist denn noch hier so da? Ach so, wer... Ah, ich verstehe. Der tut die... Also die liegen da so oder so, aber wir können halt einen... Die werden halt mit einer Kerze markiert, wenn wir einen bestimmten suchen. Okay. Wer liegt denn hier? Wer liegt denn hier? Wer liegt denn hier? Bermund? Steht's unterwegs? Nee. Ähm... Da muss wahrscheinlich noch einer... Wahrscheinlich liegt der dann irgendwie weiter unten. Das waren ja drei auf jeden Fall. Hier liegt keiner. Was haben wir hier noch? Oh, nice. Noch einen Splitter. War das nicht irgendwie drei oder so? Also es geht ja noch eins nach unten. Nee. Geht's nicht. Aber waren das nicht irgendwie drei? Die wir da hatten? Vielleicht in der zweiten Kammer hier hinten. Hier liegt auch nix, ne? Noch eins höher. Ja, das ist nur Lugumia und der andere da. Beleben wir mal Lugumia wieder. Hallo Lugumia. Ja. Jo. Es war schon fast vorm Verrücken, aber naja. Was sollte ich dir folgen, Rebekah? Wenn du mich zu der Quest bringen willst, jo. Ich will aber nicht. Nein. Oder liegt der hier oben oder so? Ne, ne? Hm. Nee, ich glaub, ich geb jetzt nicht nochmal 5000 aus, um den Körper zu suchen oder so. Ah, was haben wir denn noch? Nee. Ja, Abendviertel ist noch. Krachtfeld von Monstern. Drohnenräuber. Ah, hier, ermittle gegen den falschen Souverän. Komm, wir machen das mal. Wir ermittle mal gegen den. Weil irgendwie, irgendwie ist die Quest ja, weiß ich nicht. Da wurde ja irgendwie was gesagt, gezeigt. Vielleicht ist sie ja auch automatisch irgendwie angesprungen, weil wir eine, äh, weil wir eine Quest fertig gemacht haben oder so, irgendwie was. Kann natürlich auch sein, ne? So. Gehst du jetzt zumindest mal weg? Hm. Versuch uns mal noch einmal. Solange mit bestialischen Kräften. Hm. Mhm. 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 Es wird nicht so, dass die Leidung der Leidung der Leidung durchgelegt. Die Begründung der Begründung der Begründung wird kreiert und irgendwann wird es so, dass es so, dass es so, dass es so. Oh, was ist das? Die Begründung wurde ein Hecht! Das ist, dass die Begründung der Begründung von Dajja gedacht hat. Er hat sich die Begründung von Dajja und der Begründung von Dajja aufgewachsen. Und dann, dass die König der Däijer von der Däijer nicht verknüpft, um die Eijer und Kaine zu entfernen, und die Däijer der Däijer verbrüht. Die Däijer der Däijer verbrüht wurde, und die Däijer von der Däijer verbrüht wurde, und ein kassiererer Geist. Aber da war die Däijer der Däijer. Er ist die letzte Kraft, und weg nach dem Hintergrund. Mhm. Hat er das? Ja, Lord Rosamund. Geht der jetzt? Na, ne. Okay, also, es muss echt irgendwie Nacht, Mittag, Nachmittag oder so sein. Ja. So. Oh, wir können, ha? Wir können unsere Sachen hier aufwerten. Das ist nice. Wir haben ein bisschen von dem Zeug bekommen. Ja, nice. So. Äh, warte mal. Abbrechen? Wir haben ein bisschen was aufgesammelt an dem Zeug hier, ne? Ich würde das mal Jörg geben. Und das kann auch Jörg haben. Dann gucken wir mal gerade... Oh ja, das da ist ja so viel besser. Und das da ist ja auch so viel besser. Dann, äh... Ja. Hm. Okay. Das versteckte Kobate liegt irgendwo entlang der westlichen Straße. Okay. Ähm, ja. Und zwar wollen wir das da jetzt verbessern. Knackerhorn und geflecktes Erz. Aha. Dann gehen wir unseren guten Jörg mal auch noch aufgraden. Einmal aufgraden, jawohl. Mal hier so rein. Hi. Ja. Wir wollen das bei unserem Jörg noch machen. Der hat auch hier nochmal so... Der hat auch hier noch so ein paar Sachen bekommen. Wir machen mal hier die Startrampe. Einwandfreier Schutz. Ja. Sehr schön. Perfekte Abwehr. Ja. Oh ja. Let's go. Perfekte Abwehr. Wollen wir ausrüsten. Das machen wir mal hier rein. Konterhieb. Ja, machen wir das da mal. Ja. Und dafür die... Der ist da weg. Die Startrampe. So. Hat der noch irgendwelche... Der hat hier noch Fähigkeiten. Muskelkraft. Ja. Rein da. Das sind wirklich sehr viele Hiebe. Ah. Ich kann den aber auch umswitchen lassen auf andere Sachen. Okay. Was ist das? Zaubersprecher? Hält ein Zauber im Zauberstab einsatzbereit. Indessen die wir her... Was? Hält ein Zauber im Zauberstab einsatzbereit. Verlangsamt während dessen die Wiederherstellung von der Zauberverbrauch zu sich ausbauen beim Wirken. Nee. Ruhe Karaffe. Zack. Ja. Starkes Beben. Ja. Nice. Wir sind auch schon fast Max Rang, ne? Sehr cool. So. Wir geben noch unsere Supermedien ab. Ja. Wir haben zwei Stück. Ich glaube wir haben... Ja. Wir haben vier. Juhu. Bye. 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 Wir gehen nämlich jetzt... Äh... Einmal... Gehen nämlich jetzt einmal hier... Dingsen. So. Ihr war doch immer so ein kleines Mädchen, ne? So. Fabian hat gemeint, das kleine Mädchen würde uns irgendwie noch Shit geben oder so. Das hatte ich das letzte Mal hier so gesehen, aber... Es ist nicht mal da. Ja. Oder eine Schriftrolle gegeben. Stimmt. Stimmt. Fabian hat gemeint, das hätte eine Schriftrolle gegeben. Warte. Ich geh mal kurz in unser Lager gucken, ob wir Jörg halt was beibringen können. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Wertvoll. Schreib mal an den Hauptmann, ne? Ist keine Schriftrolle? Ja. Spitz. Suchermädel, da haben wir noch eins. Das können wir mal nehmen. Oh. So. Das dürfte ja Utensilien. Lebenskraft. Warte mal. Sondern da haben wir nie. Blumenstrauß. Ne. So. Ich hab nie so ein Ding bekommen. Wir nehmen mal einen von denen da mit. Äh. Ich nehme auch mal eine davon mit. Gerade nicht mehr weiß, ob wir da eine haben oder nicht. Wir lagern mal einen. Ja. Sehr schön. Ja. Alles einlagern. Das bauen wir alles. Super-Megalion lagen wir jetzt nicht ein. Das gucken wir dann. So hier was. Ja. Du kannst das da dann einlagern. Alles. Und hier haben wir nichts. Gut. Dann gucken wir mal, dass wir noch Sachen kombinieren. Dann. Ja. Ja. Die hier sind glaube ich am. Die hier sind glaube ich richtig gut. Vielleicht haben wir Frieden und vereist. Okay. Ja. Nee. Explosionspfeile brauchen wir jetzt keine zu machen. Dörfleisch jetzt auch nicht unbedingt. Aber die hier kann man noch verbessern. Äh. Giftstich. Nee. Uh. Machen wir das doch mal noch. Gut. Äh. Äh. Oder müssen wir jetzt wieder. Nee. Nicht. Nehmen. Einlagern. Müssen wir nochmal ein paar Sachen hier einlagern. Wo ist das? Wunderradebahns. Ja. So. Perfekt. Ja. Äh. Gegenstände. Gibt das mal. Dem. Der Abby. Okay. Abby ist zu weit weg. Okay. Wo ist die Abby hin? Wo ist denn Abby? Abby? Naja. So. Wir haben noch ein Supermedaille. Ja. Ring der Unerbittlichkeit. Okay. Okay. Interessant. So. Jetzt können wir Abby das Ding geben. Einmal ein bisschen Inventory Management. Man. Das muss man ja auch betreiben. Okay. Solange man keinen Logistiker dabei hat. Wie wir ihn schon mal hatten. Na. Der dann die Items verteilt. Ähm. So. Wir müssen jetzt irgendwo hin. Und zwar müssen wir nach da. Okay. Das ist ein bisschen längerer Weg. Aber das wird schon. Wer bist du? Ja. Okay. Wir begeben uns auf die Reise. Let's go. Du, 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 du. Warte. Hier was gucken. Du, 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 du. Du, 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 du. Wir sind jetzt hier raus. Du. Du, 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 du. Gerade hier. Loki Loki Wachen. Oh Es gibt keine Froschen aufs Pause mit uns. Never. Da gehts. Oh mein, Goblins. Perfekt. Perfekt. Was ist denn da? Was war das da? Was war das da? Ein Greif. Oha. Ja. Geil. Der ist jetzt wieder weg. Wo ist er? Der Greif ist glaube ich wieder weg. Okay. Schade. Gehen hier mal über die Brücke. Weil ich glaube, ja. Ich glaube, hier müssen wir rüber. Ja. Wir sind aber auch wirklich schnell. Holy. Ich habe so das Gefühl, der Magier hat quasi so was auf uns gecastet, oder? Ja. Ach, super. Gehen hier mal weg. Und da sind noch welche. Der PD. Wie ist das? Ah. Ich weiß. Wieso? Da ist der Baum. Da ist der Baum. Da ist er. Da ist er. Da ist er. Oh. Da ist er. Was ist das? Oh, oh, das Beben. Oh, naja, macht nix. Großes Beben. Hi. So, Jörg, wo ist denn der Riftstein? Ah, hier. Ja. So, Jörg. Hä? Ist hier oben irgendwo? Okay. Ach, Mann. Okay. Ich will nicht schlafen. Okay. sie ist gerade so in der fahne herkennen wir vielleicht warten dort neue entdeckung ja hier oben ist einer was was ist das hat er ja die zähle ja das muss ich ja sowieso nicht rebecca ist gerade ein bisschen zu gut wie du mal austauschen du kriegst von mir so einen gezackten knochen jawohl ok geil jetzt haben wir noch ein logistiker dabei ich kann sagen ist das ein echsen menschen ok 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 Hehehe Okay, machen wir noch einen auf ihn. Wenn ich nicht davon... ne, ich nicht hingehätte... Okay, dann zack, machen wir es halt so. Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Ähm, so, hier kommen wir nicht rum, ne? Ich glaube, hier kommen wir nicht auf die andere Seite.